Ihr wolltet mehr Videos von der Armee, also zeige ich euch, wie wir heute für 270 Soldaten Spaghetti Gabonara gemacht haben. Alle Italiener müssten jetzt stark bleiben. Die Spaghetti haben wir in einem großen Kipper gekocht und der Speck für die Gabonara haben wir scharf angebraten. Den haben wir dann vorerst rausgenommen, danach Zwiebeln angedünstet, mit Milch vermischt, gewürzt. Zum Schluss haben wir den Speck wieder reingegeben, dazu kam noch Käse und schon war unsere Gabonara fertig. In diesen Behältern wird das Ganze warm gehalten und schon konnte ich mir eine Portion Gabonara machen, das Essen war echt lecker.